Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und wir wollen uns heute alle Spiele anschauen und die einfach mal tippen. Schreibt deine Tipps gerne mal unten in die Kommentare und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Wir beginnen mit dem Eröffnungsspiel Freitag 20.30 Uhr in Gladbach, heißt es Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Was ein geiles Eröffnungsspiel und ich muss sagen, ich habe da so unendlich Bock drauf, denn ich bin sehr gespannt, wie Gladbach mit den Verstärkungen sich schlagen kann. Auf der anderen Seite haben wir Bayer Leverkusen, die relativ wenig verändert haben, die haben also kaum Spieler verloren, haben höchstens noch ein paar Spieler dazu geholt. Und ich glaube, das wird wieder eine richtig brutale Leverkusen-Mannschaft und ich bin ganz ehrlich, ich behaupte einfach mal ganz frech, Leverkusen ist eigentlich eine Nummer zu groß für Gladbach. Wir wissen aber auch in Eröffnungsspielen kann es natürlich durchaus mal sein, dass man insbesondere bei einem Heimspiel über sich hinaus wächst, dass man den Fans etwas bieten möchte, dass man zeigen möchte, hey, in dieser Saison wird das Ganze etwas besser, wir zeigen ein anderes Gesicht, denn letztes Jahr war das bei Gladbach ja auch nicht so geil, ehrlicherweise. Aber ich behaupte trotzdem, Leverkusen wird sich am Ende durchsetzen. Ich glaube auf ein Spektakel, ich glaube aber am Ende auf einen 1 zu 3 Sieg für Bayer Leverkusen. Wir kommen zu Samstag 15.30 Uhr, kommen Frenzen und hier sind so ein, zwei Spiele dabei, wo ich mir echt denke, so, meine Herren, wir fangen an mit der Partie TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel, das erste Spiel für Holstein Kiel in der Bundesliga in der Saison und da habe ich richtig Bock drauf, da bin ich total gespannt, wie das Ganze denn wird, denn der Kader, ja man hat den natürlich punktuell verbessert, ich bin aber noch ein bisschen, zumindest mal skeptisch, sagen wir mal so, dass das Ganze wirklich 100% Bundesliga-tauglich ist. Auf der anderen Seite bei der TSG Hoffenheim wissen wir aber auch, da ist momentan richtig was im Argen, denn nachdem da auf der Geschäftsstelle und in der Geschäftszugung halt so gefühlt einmal ein kompletter Kahlschlag getan wurde, da gehen einige Fans mittlerweile auf die Barrikaden, sind nicht zufrieden damit, wie das Ganze gehandhabt wird. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auf der einen Seite wirklich brutal, also brutal in Anführungszeichen wird, auf der anderen Seite eventuell auch der passende Gegner genau für Holstein Kiel ist, weil da ist eben die Unruhe, hat man ja gleichzeitig bei Hoffenheim gesehen, man hatte zwei Spieler im Medizin-Check, beide haben den nicht bestanden, dementsprechend auch anders dieses Transferfenster, als man sich das vorgestellt hat. Trotzdem muss man sagen, ist Hoffenheim hier eigentlich die bessere Mannschaft. Ich tippe deswegen knapp aber nur auf ein 2 zu 1 für die TSG. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist RB Leipzig gegen den VfL Bochum und ich muss sagen, der VfL Bochum, die haben jetzt was gemacht am Transfermarkt, aber ich bin zumindest gegen RB Leipzig nicht überzeugt. Also ich glaube, habe ich ja auch in meiner Prognose gesagt, dass die den Abstieg verhindern können, aber gegen RB Leipzig in Leipzig, ganz ehrlich, da kann gefühlt jeder verlieren. Da würde es niemanden überraschen, wenn da selbst zum Beispiel im VfB Stuttgart ein BVB, selbst die Bayern mal verlieren würden. Das ist durchaus normal und ich glaube auch für den VfL Bochum ist da am Ende ehrlicherweise nicht so. Die Qualität von RB Leipzig ist einfach höher. Die haben individuell so brutal gute Spieler. Der VfL Bochum wird da relativ wenig entgegenzusetzen haben. Deswegen tippe ich am Ende auf ein relativ deutliches 3 zu 1 für RB Leipzig. Als nächstes haben wir die Partie der FC Augsburg gegen Werder Bremen und ich glaube, das könnte so ein Spiel sein, wo sich beide Mannschaften relativ lange neutralisieren. In Augsburg gehe ich davon aus, dass das ein ekeliges, schwieriges Spiel für beide Mannschaften wird. Beide Mannschaften kennen sich natürlich gut. Beide Mannschaften wissen, dass die andere Seite durchaus dreckig und ekelig spielen wird, dass sie es nicht leicht machen werden, aber wir wissen auch Augsburg heim. Boah, da hast du halt als Gegner auch eigentlich gar keinen Bock drauf, weil das ist dann mitunter richtig anstrengend. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt Turb aufstellen wird, weil wie gesagt, letzte Saison gegen Ende war das teilweise einfach zu offensichtlich und da wusste man gefühlt immer schon vorher, was würde bei Augsburg passieren. Auf der anderen Seite Werder Bremen. Ich bin sehr gespannt jetzt, muss ich natürlich sagen, als Schalke-Fan, Kierke-Topp da einen Hattrick machen zu sehen gegen zugegebenermaßen Energie Cottbus. Das hat schon natürlich was mit mir gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob der mehr Einsatzzeit bekommt. Ich würde es ihm so gönnen. Glaube ich trotzdem, dass es ein Spiel sein wird, wo man sich sehr, sehr lange sehr, sehr stark neutralisieren wird. Und deswegen geht man hier am Ende auch mit einer Punkteteilung. Ich glaube am Ende, dass das Ganze auf ein 1 zu 1 hinausläuft. Als nächstes haben wir die Partie der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Und da bin ich tatsächlich auf beiden Seiten total gespannt drauf, denn wir haben Freiburg, die nun mal jetzt in einem kleinen Umbruch sind, alleine schon aufgrund der Schuster-Situation. Also neuer Trainerstreich ist weg. Da muss man einfach immer wieder sagen, das wird anders. Das wird sich verändern. Das wird Zeit brauchen. Auf der anderen Seite der VfB Stuttgart hat natürlich einen kleinen Adalas hinter sich. Auf der anderen Seite haben die aber auch 83 Spieler geholt, gute Spieler wohlbemerkt, die aber natürlich Zeit brauchen. Und der VfB Stuttgart ist qualitativ nun mal mittlerweile auch über dem SC Freiburg. Das muss also hier ganz klar als Favorit Stuttgart dran gehen. Und ich glaube, so wird man auch spielen. Man hat bereits im Supercup durchaus gezeigt, was man kann und dass man wieder bereit ist, alles zu geben und vor allem, dass man richtig geilen Fußball spielt. Gleichzeitig ist natürlich Freiburg heim im Europaparkstadion. Auch eine total ekelig zu bestibende Mannschaft, wo regelmäßig die Gegner halt auch einfach frustriert sind danach, wenn auf einmal Freiburg gewinnt. Obwohl alles danach sprach, dass eigentlich der Gegner gewinnen würde. Ich weiß nur noch nicht, wie das unter Schuster eben ist. Ob das genau so weitergeführt werden kann oder ob das erstmal diese Zeit braucht. Deswegen glaube ich am Ende, dass sich die individuelle Qualität vom VfB Stuttgart durchsetzen wird. Dimirovic natürlich auch, da war er ja auch, kam ja ursprünglich vor Augsburg, war er ja bei Freiburg. Da gab es ja damals diesen Tausch. Grigoritsch, Dimirovic dementsprechend auch zurück in eine der alten Heimaten. Und ich glaube am Ende Stuttgart wird hier mit 0 zu 2 gewinnen. Nächste Partie ist Mainz 05 gegen Union Berlin in Mainz. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn Mainz natürlich zu Ende der letzten Bundesligasaison. Holladiewald. Also das war auf jeden Fall eine ganz schön heiße Aktie. Union Berlin ist da ja ehrlicherweise so ein bisschen rumgedümpelt. Das war, ja, war okay. Man hat es am Ende ja direkt geschafft, was super wichtig war. Aber so geil war das jetzt nicht. Man hat natürlich mit Bo Svensson einen neuen Trainer und der kommt ursprünglich davor von Mainz 05. Da bin ich total gespannt drauf, weil ich halte Bo Svensson immer noch für einen unheimlich guten Trainer. Super sympathisch, super Fachmann, was Fußball angeht. Bin ich total gespannt, wie der mit Union Berlin am Ende dann spielen lässt. Weil wir wissen schon auch, was der für einen Fußball spielt. Dass der nicht immer der attraktivste Fußball ist, dass der ein bisschen pragmatischer ist, ist ja auch ganz klar. Könnte aber damit ja auch sehr, sehr gut eigentlich ehrlicherweise auch zur Union passen. Denn die haben halt auch ein paar Jahre Urs Fischer Fußball hinter sich. Und der stand jetzt auch nicht für Spektakel, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Glaube ich, am Ende wird das hier eine intensive umkämpfte Partie, die sich lange Zeit nichts geben wird. Und ich glaube, deswegen am Ende wird man sich auch hier freundschaftlich, nenne ich das einfach mal, mit einem 1 zu 1 trennen. Wir kommen zum Samstag 18.30 Uhr zu der Top-Partie. Und das hat seinen Namen auch wirklich, da hat seinen Namen wirklich auch alle Ehre. Denn es ist einfach Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Geil. Da habe ich total Bock drauf. Es ist ein richtig geiles Spiel, wie ich finde. Und da bin ich total gespannt. Denn beide Mannschaften für mich kleine Wundertüten. Der BVB mit neuem Trainer und einigen neuen Spielern an Bord. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt natürlich auch die ein oder andere neue Person. Und man muss sagen, letzte Saison schon so gefühlt 34 Spieltage da auf dem gleichen Platz irgendwie rumgedümpelt. Nicht so wirklich fort, nicht so wirklich hü und ach, das war nicht so wirklich doll. Aber es war ja von der Tabellenposition super. Also da kann man ja gar nichts gegen sagen. Trotzdem wirkte man als Eintracht Frankfurt Fan nicht so hundertprozentig zufrieden. Weil Eintracht auch teilweise echt frustrierend im Fußball gespielt hat. Das soll sich ändern. Weiß ich nur nicht. Und wie fern sich das unter Dino Topmeller so wirklich einhundertprozentig ändern wird. Muss man auch ganz klar sagen dazu. Würde ich theoretisch dem BVB ehrlicherweise so eine Stufe drüber setzen. Würde sagen, das muss hier einen BVB-Sieg setzen. Glaube aber, dass Eintracht Frankfurt auch durch die Willensleistung und weil sich der BVB vielleicht noch ein bisschen einspielen muss unter Nuri Schein mit den neuen Spielern dementsprechend da noch reinkämpfen kann. Also Eintracht Frankfurt. Und deswegen tippe ich hier sogar auf ein 2 zu 2. Wir kommen zur Sonntags 15 zu 30 Partie. Und das ist der VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Und ihr muss sagen, ich glaube ja VfL Wolfsburg wird in dieser Saison endlich mal wieder das zeigen, was in dem Kader steckt. Naja, endlich. Also ich bräuchte es jetzt persönlich nicht, aber nun gut. Und ich glaube trotzdem, dass der VfL Wolfsburg mehr zeigen wird. Aber nicht gegen die Bayern. Ich glaube, die Bayern sind eine Nummer zu groß, auch wenn es in Wolfsburg standfindet. Ich glaube nicht, dass man hier großartig viel reißen wird. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel der Bayern. Das wird ein guter Saisonstart für die Wern. Auch wenn natürlich nicht jeder Transfer so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt hast du auch noch mal auf der Außenverteidigerposition mit Stanley Sitschirman, der sich verletzt hat. Du hast Masrari da gerade erst abgegeben. Das tut durchaus weh. Bin mal gespannt, wie man das am Ende dann verändert und kompensiert. Aber ich behaupte, die Bayern sind eine Nummer zu groß. Wolfsburg wird noch ein bisschen brauchen, noch ein bisschen was anzupassen. Auch wenn man ja nicht den riesen Umbruch hat. Man hat ja nicht super krass viele Spieler geholt bzw. verkauft. Trotzdem tippe ich hier auf ein 1 zu 3 für den FC Bayern München. Kommen wir zur letzten Partie am Sonntag um 17.30 Uhr. Das ist natürlich St. Pauli gegen Heidenheim. Ich glaube, das ist ein denkbar angenehmer Anfang für St. Pauli. Denn Heidenheim, die haben schon echt ordentlich was lassen müssen an Spielern, die sie jetzt einfach verloren haben nach dieser ersten durchaus guten Saison in der Bundesliga. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Also in kleinen Dienst. Natürlich auch ein Jan-Niklas Bessin, Kevin Sessler, ein Dingschi. Das tut einfach weh. Das tut einfach weh. Das ist bitter für Heidenheim, dass man hier so viele Spiele abgeben musste. Ich glaube, deswegen wird man richtig Probleme allgemein in der Liga haben. Jetzt gegen Aufsteiger St. Pauli. Auf St. Pauli. Da wird es relativ spannend, glaube ich. Und ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Denn St. Pauli wird viel versuchen. Heidenheim wird gut stehen. Wird aber auch gleichzeitig dann kontern können immer wieder. Deswegen habe ich lange Zeit mit mir gehadert. Ich hatte schon alle möglichen Ergebnisse. Ich hatte schon Sieg Heidenheim. Ich hatte schon Sieg St. Pauli. Dachte mir, okay, weißt du was, dann trifft dich doch einfach in der Mitte. Und das bedeutet für mich ein 1 zu 1 am Mellantor. Schreib deine Tipps auch gerne jetzt mal unten in die Kommentare. Wo siehst du den Sieger? Wo bist du vielleicht komplett anders als ich? Wo bist du ähnlich wie ich? Schreib alles rein. Und dann sehen wir uns morgen zur 2. Liga oder dann in den Kommentaren zu den nächsten Videos.